Herzlich willkommen bei einem weiteren Video im Modul PHK O1. Heute soll es gehen um einen groben Überblick über die verschiedenen energetischen Anforderungen an ein Gebäude und zwar um den Neubau eines Wohngebäudes. Dazu brauchen Sie oder es wäre gut, wenn Sie parallel dazu in Ihrem Arbeitsheft hinten nachschlagen würden im Bereich Materialsammlung. Wir werden da einige Materialien verwenden. Zunächst mal ganz grob die Frage gestellt oder auch beantwortet, wie in Deutschland überhaupt gebaut werden muss. Bauen ist an und für sich Ländersache. Wenn wir uns mal die Gliederung des Rechtswesens im Bereich Bauwesen anschauen, dann gibt es eigentlich drei verschiedene Rechtsbereiche oder Rechtsmengen. Das ist zum einen das öffentliche Planungs- und Baurecht. Darin findet sich zum Beispiel auch die Landesbauordnung. Da gucken wir gleich noch mal rein. Aber auch sowas wie das Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, städtebauliche Verträge und Satzungen oder auch die Planzeichenverordnung. Auf die Themen wird dann im Detail noch mal im Modul Bauentwurf zum Beispiel eingegangen oder auch später im Bereich Baurecht. Daneben gibt es den Bereich des Privatrechtes in der Nutzungsphase und es gibt das Privatrecht in der Entwicklungs- und Planungsphase oder auch Bauphase. Wenn wir erst mal mit dem Privatrecht in der Entwicklungs- oder Planungsphase Bauphase anfangen, da finden sich zum Beispiel die Werkverträge mit Ihnen als Fachplanerin für Bauphysik zum Beispiel oder auch den Werkvertrag mit den Architekten, aber auch die Werkverträge dann mit den ausführenden Firmen. Und im Privatrecht der Nutzungsphase gibt es dann sowas wie Mietverträge, Kaufverträge und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir uns jetzt erst mal aus Sicht der Bauphysik mit dem für uns relevanten Rechtsbereich beschäftigen wollen, dann sind das zwei Rechtsgebiete. Das ist zum einen das öffentliche Planungs- und Baurecht und hauptsächlich da die Landesbauordnung. Darüber gibt es aber auch noch ein Bundesgesetz, was uns interessiert, das gucken wir uns gleich an. Das ist sozusagen die untere Schranke oder die Mindestanforderung. Das heißt, diese Anforderungen des öffentlichen Planungs- und Baurechts, die kann ich, darf ich nicht unterschreiten, nur in Ausnahmefällen. Und wenn ich dann nach energetischen Standards frage beim Neubauf eines Wohngebäudes, dann bin ich im privaten Bereich letzten Endes. Das heißt, Sie können natürlich mit den Planerinnen und Planern, aber auch mit der ausführenden Firma alles vereinbaren, was Sie möchten. Das heißt, wir werden jetzt hier in dem Bereich erhöhte Anforderungen finden. Und zwar an den energetischen Standard. Und diese beiden Sphären sozusagen, das öffentliche Planungs- und Baurecht und auch das Privatrecht, das schauen wir uns jetzt bezogen auf energetische Standards im Weiteren an. Wenn man sich mal die verschiedenen Gesetze anschaut oder Rechtsvorschriften anschaut, die für uns gelten, dann ist hauptsächlich für uns jetzt erstmal interessant die Landesbauordnung des Bundeslandes, in dem Sie bauen möchten. Also in Rheinland-Pfalz wäre das die rheinland-pfälzische Landesbauordnung und so weiter. Dann gibt es einige Verwaltungsvorschriften, da gucken wir uns gleich auch eine an. Da geht es dann um Vorschriften letzten Endes, die ergänzend zu der Landesbauordnung gelten. Dann gibt es zum Beispiel auch so etwas wie Heizungsanlagenverordnung. Für ältere Bauvorhaben galt die noch. Die ist aber jetzt abgelöst worden seit einiger Zeit von der Energieeinsparverordnung. Das heißt, da deutet sich schon an, was für uns gilt. Das ist die Energieeinsparverordnung. Wenn wir das mal uns weiter anschauen, was gilt noch für uns? Die Energieeinsparverordnung. Wir gucken gleich, wie die sozusagen auf Anforderungsniveau kommt. Und dann gibt es die Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung der Energieeinsparverordnung. Das ist auch Landesrecht, die für uns gilt. Daneben gibt es weitere Gesetze, die sich im Prinzip nicht mehr mit der Energieeinsparung beschäftigen. Ein Gesetz fehlt mir hier letzten Endes in der Auflistung und das wäre das Erneuerbare Energien-Wärme-Gesetz. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist letzten Endes auch nicht hier genannt. Das Energieeinsparungsgesetz ist noch genannt. Aber in beiden Gesetzen, Erneuerbare-Energien-Gesetz und Energieeinspargesetz, sind keine konkreten Anforderungen für uns genannt. Das EE-Wärme-G, das gilt für uns. Das wird uns aber später letzten Endes treffen in der Phase F aus bestimmten Gründen, auf die ich dann nochmal zu sprechen komme. So, das ist erstmal ja nur eine Auflistung. Die Frage ist jetzt, warum gilt das denn überhaupt für uns? Und wenn wir da einen Blick in die Landesbauordnung werfen, dann findet sich da im Paragraf 16 Wärmeschall- und Erschütterungsschutz ein allgemeiner Hinweis letzten Endes nur in diesem ersten Satz. Gebäude müssen in einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhältnissen entsprechenden Wärmeschutz haben. Das ist recht allgemein gehalten. Und dann wird das Ganze konkretisiert sozusagen in einer Liste der technischen Baubestimmungen. Die gilt passend zu jeder Landesbauordnung und da findet sich dann im Bereich des Wärmeschutzes interessanterweise jetzt nicht die Energieeinsparverordnung, sondern der Verweis auf die DIN 4108, Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden. Und da finden sich jetzt wie in vielen Normen verschiedene Teile. In der 4108 Teil 2 finden sich dann die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz. Das wird für uns interessant werden, jetzt im ersten Semester. In Teil 3 zum Beispiel, das wird Sie aber dann im zweiten Semester interessieren, da geht es dann um den Feuchteschutz. In Teil 4 der DIN 4108 gibt es Bemessungswerte für Baustoffe. Die finden sich auch in Ihrem Arbeitsheft, die interessieren uns auch. Und in Teil 10 gibt es dann anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe. Für uns also erstmal interessant der Teil 2 der 4108. Und jetzt, Baurecht ist etwas kompliziert, gibt es eine Verwaltungsvorschrift, die beschäftigt sich mit dem Nachweis des Wärmeschutzes in Verfahren nach Landesbauordnung. Das ist für Rheinland-Pfalz jetzt hier letzten Endes gültig. Das gilt aber auch, oder entsprechende Verordnungen gibt es dann auch für andere Länder oder in anderen Ländern. Und da ist letzten Endes genannt oder verwiesen oder angeordnet, dass die Energieeinsparverordnung NF vom 18. November 2013 angewendet und erfüllt werden muss. Das wird dann noch etwas ausgeweitet. Da geht es dann auch um Registriernummern und wer das prüft und so weiter. Das gucken wir uns dann später im Detail an. Wichtig ist jetzt hier, dass dann hier in dem Absatz der Nachweis des Wärmeschutzes beinhaltet die Nachweise über die Einhaltung der Anforderungen des konstruktiven Wärmeschutzes. Das ist das, was wir eben gesehen haben. Und der Energieeinsparung. Soweit diese Anforderungen an die Transmissionswärmeverluste stellt. Das sind jetzt schon Sachen, die können Sie jetzt noch nicht verstehen. Auf die kommen wir später wieder zurück. Das heißt, letzten Endes steht jetzt hier auch wieder unter Verweis auf diese technischen Baubestimmungen die Norm 4108. Und aus diesem Konglomerat, das heißt, ich habe letzten Endes die Landesbauordnung, die das Recht diffus packt. Dann gibt es diese Verordnung hier zur Konkretisierung des Nachweises des Wärmeschutzes. Und diese Verordnung sagt letzten Endes folgendes aus. Das heißt, was muss ich einhalten in jedem Fall? Ich muss einhalten die Energieeinsparverordnung. Und ich muss den konstruktiven Wärmeschutz beachten, gemäß der DIN 4108. Und für uns erstmal interessant der Teil 2. Das ist letzten Endes Landesrecht. Daneben gibt es dann auch noch Bundesrecht. Das ist das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz. Das ist Bundesrecht. Das ist ein Gesetz. Und ein Gesetz muss erstmal nicht eingeführt werden durch die Länder, sondern es gilt mit Veröffentlichung im Ministerialplatz, sondern im Bundesgesetzplatz. Und beides zusammen, letzten Endes, ist die Mindestanforderung an den energetischen Standard bei Neubauten oder auch bei Umbauten. So, gucken wir uns also ganz kurz diese Verordnungen an. Die Energieeinsparverordnung schauen wir uns an. Da gibt es dann Zweck, Anwendungsbereich und so weiter. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Das Erste, was ich mir anschauen möchte, ist hier Paragraph 3, Anforderungen an Wohngebäude. So, Paragraph 3, da sind wir Anforderungen an Wohngebäude. Und da wird das jetzt konkretisiert. Und für Sie ist es erstmal noch unverständlich. Aber ein Satz ist gleich wichtig. Den müssen wir uns nochmal überlegen. Zu errichten, eine Wohngebäude sind so auszuführen, dass der Jahresprimärenergiebedarf für Heizung, Warmwasser, Bereitung, Lüftung und Kühlung, den Wert des Jahresprimärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes, und das ist der wichtige Begriff, nicht überschreitet. Und dieses Referenzgebäude hat die gleiche Geometrie, die gleiche Gebäudenutzfläche und Ausrichtung. Das Referenzgebäudeverfahren ist jetzt Novum gewesen mit Einführung der Energieeinsparverordnung. Sie finden also in der NF keine absoluten Grenzwerte für den Jahresprimärenergiebedarf, sondern den müssen Sie sich selber ausrechnen mit Hilfe des Referenzgebäudeverfahrens. Und das ist für uns erstmal eine gewisse Schwierigkeit. Das heißt, um zu wissen, ob Sie das Gebäude zulässig planen müssen, müssen Sie das parallel laufende Referenzgebäude immer mitbilanzieren. Wie wir die Nummer lösen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also das ist die erste Anforderung an den Jahresprimärenergiebedarf. Dann gibt es eine zweite Anforderung. Und zwar gibt es Höchstwerte des spezifischen auf die wärmeübertragene Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlust. Das ist eine zweite Anforderung. Also hier, das wäre die erste Anforderung. Da kommt die zweite Anforderung ins Spiel. Was Transmissionswärmeverlust ist, das lernen wir noch kennen. Dann steht hier, für das zu errichtende Wohngebäude und das Referenzgebäude ist der Jahresprimärenergiebedarf nach einem in der Anlage 1, Nummer 2 genannten Verfahren zu berechnen. Da steht also, wie es berechnet wird. Jetzt kommt die dritte Anforderung ins Spiel. Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz eingehalten werden. Das ist die dritte Anforderung. Das überspringen wir mal. Und das waren eigentlich die drei Anforderungen der Energieeinsparverordnung. Das heißt, Jahresprimärenergiebedarf. Zweite Anforderung ist der Wärmeverlust über die Hüllfläche. Und die dritte Anforderung der sommerliche Wärmeschutz. Es gibt daneben noch einige Nebenanforderungen. Die beziehen sich auf die Dichtheit, den Mindestluftwechsel und hier ist auch wieder erwähnt der Mindestwärmeschutz und die Wärmebrücken. Was das alles ist, lernen wir peu a peu im Laufe des Semesters noch kennen. Das heißt, für uns wichtig ist erstmal, aus diesem Absatz hier, aus der 1, das ist eine Anforderung an das komplette Gebäude und nicht an konkrete Bauteile. Das heißt, in dieser Energieeinsparverordnung steht jetzt nicht drin, die Außenwand muss so und so gut sein, das Dach muss so und so gut sein, die Fenster müssen so und so gut sein. Das steht hier nicht. Sondern da steht, die Anforderung des Primärenergiebedarfs ist dann erfüllt, wenn das vorhandene Gebäude nicht mehr verbraucht als das Referenzgebäude. Das heißt, ich habe hier eine Anforderung an das komplette Gebäude. Das ist letzten Endes auch der Fall bei diesem Höchstwert des Transmissionswärmeverlustes. Auch das ist eine Anforderung an das komplette Gebäude beziehungsweise an die Summe verschiedener Bauteile. Dann gibt es den sommerlichen Wärmeschutz und das ist eine Anforderung an den kritischen Raum. Was das ist, lernen wir kennen in der Phase C. Also da geht es um einen Raum im Gebäude, mindestens einen Raum im Gebäude und die weiteren Anforderungen gucken wir uns dann später an. Das heißt, wichtig, Energieeinsparverordnung bezieht sich aufs ganze Gebäude und nicht auf einzelne Bauteile. Die Anforderungen aus dem Erneuerbaren Energien Wärmegesetz, die gucken wir uns später an. Und jetzt würde ich mir gerne ganz kurz anschauen, die Anforderungen aus der DIN 4108 Teil 2. Die befindet sich auch in ihrem Skript, nämlich hier auf der Seite 100. Und das ist der Mindestwärmeschutz flächiger Bauteile. Und jetzt geht es um Bauteile und nicht um das ganze Gebäude. Also in dieser Norm gibt es konkrete Anforderungen an einzelne Bauteile. Wände, Dachschrägen, Decken, Bauteile an Treppenräumen, Bauteile zwischen beheizten Räumen und so weiter. Und das sind die absoluten Untergrenzen. Wir kommen da später in der Phase B nochmal drauf. Sie finden ja auch diese Seite in der Lernphase B. Da geht es darum, da geht es nicht darum, dass das Gebäude Energie spart, sondern da geht es darum, dass das Gebäude funktioniert, dass das Gebäude nicht schimmelt, dass da kein Tauwasser entsteht. Da geht es in dieser DIN 4108 Teil 2 rum. Das heißt, wenn ich jetzt ein energieeffizientes Gebäude planen, konstruieren möchte, dann erfülle ich sowieso mit locker, mit ganz großer Lockerheit die Anforderungen des Mindestwärmeschutzes. So, bis hierhin, was haben wir kennengelernt? Das Baurecht. Da gilt die Energieeinsparverordnung für das ganze Gebäude. Und es gibt die DIN 4108. Die gilt erstmal für Bauteile als konkrete Anforderung. Die 4108 ist für uns aber jetzt noch nicht so interessant, weil die Anforderungen nur darum, sich darum drehen, dass es nicht schimmelt oder kein Tauwasser entsteht. Gehen wir nochmal zurück zur Energieeinsparverordnung und schauen uns ganz kurz diese Anlage 1 an. Die ist nämlich insofern auch für uns von Interesse, als dass es da eine Tabelle 1 gibt, die die Ausführung des Referenzgebäudes beschreibt. Und jetzt stehen da auf einmal konkrete Bauteile wie Außenwände, Dächer, Fenster, Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Außentüren und so weiter. Luftdichtheit, die Heizungsanlage ist beschrieben. Also das komplette Referenzgebäude ist beschrieben, auch mit Kenngrößen. U gleich 0,28. Was das ist, lernen wir noch kennen. Aber wichtig ist, das sind keine Anforderungen, sondern das ist die Ausführung des Referenzgebäudes. Wenn es jetzt darum geht, dass Ihr Gebäude nicht mehr verbrauchen darf als das Referenzgebäude, könnte man ja eigentlich sagen, na gut, dann baue ich halt so wie das Referenzgebäude, dann halte ich es ja ein. Das funktioniert nicht ganz. Das liegt an dieser Zeile 1. Da ist nämlich nochmal ein Verschärfungsfaktor zu berücksichtigen seit 2016. Auf den kommen wir aber auch später nochmal zu sprechen. Also Mindestanforderungen, NF, Anlage 1, Tabelle 1 und etwas besser als Tabelle 1, das ist so das Baurecht Mindestanforderungen. Was gibt es jetzt darüber hinaus? Welche Anforderungen? Da gibt es drei Sachen, die ich Ihnen zeigen möchte. Es gibt Material Nummer 4. Das wäre ein Vorschlag der DGNB. Das ist die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Es gibt die sogenannten KfW-Effizienzhäuser und es gibt Passivhäuser. Was das jetzt ist, gucken wir uns ganz schnell nur an, damit Sie einen Überblick haben. Vorschlag der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ist beschrieben und Hauptzielgröße der DGNB ist nicht der Energiebedarf, sondern sind die CO2-Emissionen. Und das ist natürlich im Hinblick oder unter Berücksichtigung des Videos, was ich Ihnen vor ein paar Tagen zur Verfügung gestellt habe, Klimawandel und so weiter, auch eigentlich die richtige Zielgröße. Aber die Energieeinsparverordnung bezieht sich noch nicht auf CO2-Emissionen und die DGNB sagt, eigentlich musst du das tun. Sie beschreibt das dann recht ausführlich, warum, wieso, weshalb, aber die ganze Verordnung passt letzten Endes auf vier Seiten. Und da gibt es jetzt die Anlage 1, auch wieder mit Mindestanforderungen an die Effizienz und den Komfort. Und da sind auch wiederum Bauteile beschrieben. Außenwand, Außenwand, Erdberührt, Dach, Kellergeschoss, Decke, Bodenplatte, Fenster mit entsprechenden einzuhaltenden U-Werten, Maximal-U-Werten. Also auch da gibt es dann wieder einige Kriterien, die ich einhalten muss. Und diese U-Werte, die können wir ganz gut gebrauchen. Das sehen wir im nächsten oder übernächsten Video. Das heißt, das ist gar nicht so uninteressant für uns als Mindestanforderungen für Neubauten. Dann gibt es als weitere privatrechtliche Vereinbarung, die Sie treffen können, die KfW-Effizienzhäuser. Da finden Sie auch die Kriterien oder die Beschreibungen im Internet. KfW-Effizienzhäuser, ganz grob schon mal vorweggenommen, Anforderungen an ein Effizienzhaus. Es gibt KfW-Effizienzhäuser 40+, 40, 55 und diese Zahl ist letzten Endes, die bezieht sich auf den Primärenergiebedarf QP des Referenzgebäudes. Wenn also das vorhandene Gebäude QP einen vorhandenen Primärenergiebedarf von maximal 40% vom Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes hat, dann erfüllt es diese Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus. Gleichzeitig muss ein Wert H' T, das ist dieser Transmissionswärmeverlust, auch bezogen aufs Referenzgebäude, darf maximal bei 55% bezogen aufs Referenzgebäude liegen. Das heißt, unterm Strich, die Hauptanforderungen des KfW-Effizienzhauses beziehen sich wieder aufs ganze Haus und ich habe erstmal keine Bauteilanforderungen. Es gibt aber einen vereinfachten Nachweis, das ist alternativer Nachweis eines Effizienzhauses nach Referenzwerten und da gibt es quasi eine Checkliste, wenn ich diese U-Werte alle einhalte, Dachflächen, Fenster, das geht dann auf der nächsten Seite weiter, Dachflächen, Fenster, Außenwände, Geschossdecken und so weiter. Wenn diese U-Werte eingehalten werden, alle und auch die weiteren Anforderungen, dann kann ich auch von einem Effizienzhaus 55 sprechen oder von einem 40er. Und diese Werte sind ganz gut geeignet, um ein Gebäude erstmal vorzudimensionieren. So, was haben wir noch? Wir haben noch Passivhäuser, die Hauptanforderungen an Passivhäuser sind folgende. Die Hauptanforderung ist eigentlich nur die, dass der Heizwärmebedarf maximal bei 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr liegen darf. Was das ist, können Sie noch nicht wissen. Diese Einheiten werden wir auch später mit ins Spiel bringen. Also auch das, die Passivhausanforderungen beziehen sich wieder aufs komplette Gebäude. Aber, wenn man sich das weiter durchliest, gibt es so Grundprinzipien, die die Passivhaus, das Passivhaus-Institut veröffentlicht hat. Und da steht zum Beispiel, exzellente Wärmedämmung ist ein Grundprinzip, um die Anforderungen einzuhalten. Und zwar exzellente Wärmedämmung aller opaken Bauteile, also alle nicht lichtdurchlässigen Bauteile. Die benötigen einen U-Wert, also einen Wärmedämmwert, jetzt schon mal vorweg gesagt, zwischen 0,1 und 0,2. Und das bedeutet Dämmstärken zwischen 20 und 40 Zentimeter, Wärmedämmung. Dazu sind noch einzubauen hochwertige Fenster. Da sind dann auch wieder U-Werte genannt, von 0,8. Und es gibt Anforderungen an die Technik, kontrollierte, hocheffiziente Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Das ist dann bei uns die Lernphase D. So, fassen wir noch mal zusammen. Es gibt das Planungs- und Baurecht. Das definiert letzten Endes die Mindestanforderungen ans Bauen. Da findet sich in dem Landesrecht der Verweis auf die Energieeinsparverordnung und die DIN 4108 Teil 2. Das ist Landesrecht. Daneben gibt es ein Bundesgesetz, das ist das EE Wärme-G. Und beides zusammen oder alles drei zusammen stellen die Mindestanforderungen an das Bauen aus energetischer Sicht dar. Dann gibt es privatrechtliche Anforderungen und da haben wir gesehen, wir können die Anforderungen der DGNB umsetzen. Es gibt so etwas wie KfW-Effizienzhäuser. oder auch Passivhäuser. Und das sind höhere Standards. Das heißt, das wäre erhöhte Anforderungen. Das ist dann Privatrecht. Das heißt, das müssen Sie explizit als Bauherr, als Bauherrin mit dem Planer vereinbaren, ich möchte ein KfW-Effizienzhäuser 55 bauen. So, das ist erstmal ein Überblick und das sind erstmal nur Namen für Sie. Namen, Schall und Rauch. Sie wissen nicht, was das bedeutet. Das heißt, für uns wird es jetzt darum gehen, als nächstes zu konkretisieren, was heißt das denn? Wie muss ich denn bauen, um die Mindestanforderungen einzuhalten? Wie muss ich eine Außenwand konstruieren? Welchen Kennwert gibt es denn da, um das überhaupt zu beurteilen? Das heißt, wenn wir da nochmal zurückgehen, letzten Endes zu unserer Übersicht. Wir haben uns jetzt schon mal ganz grob mit diesen zwei Themen beschäftigt, baurechtliche Anforderungen und weitergehende Standards, KfW-Effizienzhaus, Passivhaus. Hier könnte man noch ergänzen, die DGNB. Es gibt auch weitere Standards und haben schon mal geguckt, okay, was definieren die denn? Bauteilanforderungen, Gebäudeanforderungen, was heißt denn das überhaupt? Und jetzt müssen wir, wir sind also jetzt hier, klären der energetischen Ziele mit dem Auftraggeber oder Bauherrn. Das müssen wir noch für Ihr Projekt machen und jetzt würde man als nächsten Schritt sich mit dem Gebäude, mit Ihrem Gebäude oder dem Gebäudeentwurf beschäftigen und die Bauteile vordimensionieren und zwar die Dämmstärken, die Konstruktionen und die Materialien. Damit ich das aber tun kann, reicht es nicht aus, allgemein nur darüber zu reden, sondern ich brauche Bewertungskenngrößen, Zahlen. Ich muss das quantifizieren können. Das heißt, wir müssen uns als nächstes erstmal mit Wärmetransportmechanismen beschäftigen. Es geht ja in allen Anforderungen darum, dass der Energiebedarf begrenzt werden soll. Also muss ich wissen, wie viel Energie braucht denn mein Haus? Und das Haus braucht so viel Wärmeenergie, wie es eben im Winter verliert. Also muss ich mich mit Wärmetransportmechanismen auseinandersetzen und das wäre das nächste Video zur Einführung in die Lernphase A zu Grundlagen aus der Physik, Grundlagen Wärmeschutztechnische Begriffe. Ich hoffe, dass einige Ihnen bekannt vorkommen und Sie jetzt nicht allzu viel Zeit dafür brauchen, das wieder sich anzueignen. Machen Sie es gut und bis demnächst. Tschüss! Tschüss!